Mein Name ist Dietrich Stehn und ich habe zusammen mit Jürgen Tautz ein Buch geschrieben unter dem Titel Die Honigfabrik, die Wunderwelt der Bienen, eine Betriebsbesichtigung. Unser Anliegen ist es, Ihnen auf unterhaltsame Weise einen Einblick darin zu geben, wie ein Bienenvolk funktioniert. Meine Aufgabe ist es dabei, die Rolle des Imkers wahrzunehmen. Ich erzähle Ihnen also das, was ein Imker gewöhnlich über Bienen weiß und was er an Wissen braucht, um mit seinen Völkern umgehen zu können. Herr Tautz ist der Wissenschaftler und der will Ihnen den einen oder anderen sehr viel tieferen Einblick in die Geheimnisse eines Bienenvolkes vermitteln. Das zu beobachten ist unglaublich faszinierend und macht einen auch, man bekommt dann so philosophische Anwandlungen, wenn doch alle Gemeinschaften nach dieser harmonischen und zugewandten Art funktionieren würden, dann wird es der Welt deutlich besser gehen, als wie das heute der Fall ist. Man lernt einen Organismus kennen aus lauter kleinen Individuen, die aber funktionieren wie ein Atmen des Ganzes. Bienen zu beobachten ist immer wieder spannend und jeder Blick auf die Wabe ist, als würde man zum ersten Mal drauf blicken.